Traumhaft. Man schläft hier alleine, das ist bewusst gemacht, weil die Räume nicht ganz so groß sind. Die befinden sich im Stammhaus vom Krallehof und ich finde dieser Mix aus Kunstobjekten und die Bespannung kombiniert mit dem Zwirbelholz perfekt. Eine gelungene Symphonie und Harmonie, da müsste jeder sehr gut schlafen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017